Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum vierten und letzten Teil meiner Bücher aus 2019. Ich bin vom Spazieren zurück. Ich habe mir gerade ein Getränk gemacht und habe mir dezent die Zunge verbrannt. Das sind absolut Informationen, die euch super interessieren. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich ein bisschen lispel, weil meine Zunge jetzt vorne Aua ist. Das kribbelt voll. Das ist voll blöd. Aber das ist, wenn man halt sich eine Zitrone, eine heiße macht und dann schnell denkt, geil, was zu trinken. Und dann, naja, habe ich mir die Zunge verbrannt. Also falls ich ein bisschen lispel, das liegt daran. Ja, der vierte und letzte Teil der Bücher aus 2019. Ich muss nur noch mal ganz fix bei Goodreads gucken, ob ich jetzt noch Bücher habe, die ich nicht mehr habe. Oder ob das jetzt alles Bücher sind, die auf meinem Stapel liegen. Jawohl. Es sind alles Bücher noch, die jetzt auf meinem Stapel liegen. Ich habe jetzt den ersten kleineren Stapel auf meinem Schoß liegen und wir fangen an mit dem ersten Buch. Was ich 2019 noch gelesen habe und zwar ist das The Opposite of You von Rachel Higginson. Ich habe dieses Buch gekauft wegen dem Cover. Und, ich bin schon wieder unscharf, ich fand, die Geschichte hat sich einfach ganz, ganz toll angehört. Und ja, ich habe das Buch gelesen und ich fand es super. Ich fand es wirklich richtig toll. Mir hat die Geschichte unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand die super schön erzählt und ich mag die Charaktere total. Und ja, es ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Und Kilian ist, ja, Kilian ist, was willst du sagen? Kilian ist Kilian, er ist der Bad Boy der Kochszene und das nicht für umsonst. Und Vera ist einfach auch ganz, ganz toll. Und die beiden so zusammen, die haben eine richtig coole Dynamik und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, das ist auch ein Buch mit ganz wenig Erotik nur. Also, wer wirklich auf Liebesgeschichten steht, wo nicht wirklich Erotik so im Vordergrund steht, der ist bei der Reihe hier auf jeden Fall richtig. Ich fand das Buch super. Mir hat es mega viel Spaß gemacht zu lesen. Mir hat es super gut gefallen. Und ja, ich mag es. Was soll ich dazu noch sagen? Ich mag das Buch einfach. Ich fand es schön und ich werde es sicherlich irgendwann nochmal lesen. Danach habe ich dann gelesen. Idle 3, gib mir deine Liebe. Und Idle 3 war auch einfach großartig. Die Geschichte von Jax ist einfach mega. Mega. Und Stella ist auch ein richtig cooler Charakter. Und ich fand die ganze Geschichte einfach cool. Ich fand das Setting in dieser Geschichte mega cool. Diese zwei Wohnungen, wo das so hauptsächlich gespielt hat, hat mir sehr gut gefallen. Der Anfang, der war mega cool. Also ja, auch Idle 3 ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die mir auch ultra viel Spaß gemacht hat beim Lesen. Und ich finde es so traurig, dass der vierte Teil auf nächstes Jahr verschoben wurde. Eigentlich sollte der jetzt im Januar 2020 rauskommen. Aber aus unerfindlichen Gründen stand dann auf einmal da, Januar 2021. Und alle so, what? Ich finde es super, super traurig, dass wir jetzt noch so lange warten müssen auf den vierten Teil. Denn der wird bestimmt auch richtig gut. Aber ja, Idle 3 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich gelesen, Golden Dynasty Nr. 3, stärker als Begehren. Mein absoluter Lieblingsband der Reihe. Ich fand diese Geschichte so unglaublich gut. Devlin DeVincent ist ein so toller Charakter. Und Rosie als Gegenpart ist so cool. Da ist so eine krasse Spannung zwischen den beiden. Das hat mir so gut gefallen. Und was da hier alles noch rausgekommen ist. Was da alles noch rausgekommen ist am Ende. Es war einfach so krass. Es war einfach so krass, diese große Backgroundgeschichte, die sich über alle drei Zeile zieht. Es ist einfach so krass. Und der dritte Teil war einfach so unglaublich gut. Und hat so viel Spaß gemacht beim Lesen. Ich habe dieses Buch wirklich eingesaugt. Ich habe wirklich das fast an einem Rutsch gelesen. Ich habe dann am nächsten Tag noch so vielleicht so hier so den Rest gehabt zum Lesen. Es war einfach eine so unglaublich gute Geschichte. Wirklich. Ich liebe dieses Buch. Es ist einfach so cool. Und ich liebe Rosie. Rosie ist ein so toller Charakter. Sie hat so ein hartes Schicksal schon hinter sich. Und es ist einfach, was sie für ein Mensch ist. Wie sie daran gewachsen ist. Es ist einfach wow. Ich finde sie einfach klasse. Ich finde es cool, dass sie eine Geisterjägerin ist. Und dass sie auch eher so ein spiritueller Mensch ist. Und ja, Devlin ist ja eigentlich nur genau das Gegenteil. Also, I love it. I love it. I love it. I love it. Ich liebe dieses Buch. Es ist eine so tolle Geschichte. Ja, danach habe ich mit den Liebesgeschichten weitergemacht. Und habe gelesen Falling Fast und Flying High von Bianca Iosivoni. Und wenn ihr mich schon länger guckt, wisst ihr, ich bin ein großer Fan von Bianca und von ihren Büchern. Und das schon seit einer ganzen Weile. Und ja, ich muss sagen, diese Geschichte konnte mich nicht so begeistern wie ihre anderen Bücher. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich fand die beiden Bücher gut. Das sind solide Liebesgeschichten. Das sind solide New Adult Geschichten. Aber sie sind mir nicht ans Herz gegangen, diese beiden Bücher. Also, es ist ja eine Geschichte. Die gehören ja zusammen. Also, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber sie haben mich hier tief drin nicht so berührt wie die anderen Bücher von Bianca. Ich habe keine Ahnung, worum. Ich fand die Charaktere toll. Ich fand das Setting cool. Ich fand die Geschichte im Großen und Ganzen auch wirklich cool. Also, so dieses ganze große Hauptthema, um was es da ging. Das hat mich sehr interessiert. Und ich habe die Bücher auch wirklich schnell gelesen. Aber sie sind mir nicht ans Herz gegangen. Und ich habe keine Ahnung, woran das gelegen hat. Es waren einfach nicht meine Bücher anscheinend. Ich finde die Cover mega schön. Also, ich finde die wunderschön. Aber diese Geschichte war einfach nicht meins, glaube ich. Ich weiß nicht, wie gesagt, was da gefehlt hat, dass diese Bücher mir nicht nahe gegangen sind. Denn es war halt einfach wahrscheinlich nicht meine Geschichte. Oder ich habe sie nicht zur richtigen Zeit gelesen. Ich weiß es nicht. Es ist aber eine coole Liebesgeschichte. Schaut euch die beiden Bücher auf jeden Fall an. Ich mag, wie gesagt, die Charaktere wirklich sehr. Ich fand das Setting wirklich unglaublich schön. Und ja, mir hat die Geschichte eigentlich auch Spaß gemacht. Aber so richtig ist der Funke nicht übergesprungen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Keine Ahnung. Ja, danach habe ich dann gelesen Palace of Silk, die Verräterin von C. Ibanar. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Und ich hatte mit diesem Buch so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, warum. Ich fand, die Geschichte hat sich gut entwickelt. Ich fand es cool, wie das Ganze weitergegangen ist. Ich fand es cool, worauf das Ganze hintern zugesteuert ist. Aber ich hatte hier so meine Momente, wo ich so dachte, so... Ja, irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr weiterzulesen. Und ich weiß auch nicht, warum das so war. Also ich habe mich teilweise wirklich durch das Buch durchkämpfen müssen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich fand die Geschichte, wie gesagt, immer noch cool. Und mir hat es immer noch gefallen. Aber ich habe immer noch den dritten Teil noch nicht gelesen. Also irgendwie war der zweite Teil... Irgendwas war da irgendwie falsch, dass es mich animiert hätte, weiterzulesen. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Irgendwie ist mit mir und diesem zweiten Buch irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Wie gesagt, ich fand es cool, wie sich das entwickelt hat. Ich fand es cool, in was für eine Richtung Ria sich entwickelt hat. Was da halt alles noch so drum und dran passiert ist, fand ich cool. Das mit dieser Revolution, die jetzt hier noch auf den Schirm tritt, fand ich cool. Was mit Ninor war, fand ich cool. Das mit Robin fand ich eigentlich auch ganz gut. Gut, ich weiß nicht, wie gesagt, woran es gelegen hat. Aber der zweite Teil und ich, wir sind uns nicht ganz grün gewesen. Wie gesagt, ich habe mich teilweise wirklich durchkämpfen müssen, da weiterzulesen. Und deswegen war meine Motivation auf Teil 3 entsprechend auch noch nicht so groß. Aber dieses Jahr werde ich den dritten Teil lesen und mir dann den vierten kaufen und auch den vierten Teil lesen. So, das ist der Plan für dieses Jahr auf jeden Fall, diese Reihe hier zu beenden. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob der vierte Teil der letzte ist. Ich habe keine Ahnung, ist der vierte Teil der letzte? Wenn ihr wisst, ob der vierte Teil der letzte ist von der Palace of Glass Reihe, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Danach gab es mal wieder ein Green Mountain Teil. Hey, das ist der letzte Green Mountain Teil für dieses Video versprochen. Denn es ist der neunte und der aktuellste Teil. Hier geht es um Wade und um Mia. Und auch diese Geschichte wurde schon immer angeteasert in den vorherigen Bänden. Und ich habe mich auch schon sehr auf die Geschichte gefreut. Und ich fand den Anfang der Geschichte auch wirklich gut. Und ja, aber die Geschichte plätscherte ab einem bestimmten Zeitpunkt eher so vor sich hin. Und dann passierte nicht mehr so viel. Und dann gab es sehr viel so Geschmachte und Geschmalze. Und das war mir dann so ein bisschen viel zwischendrin. Und am Ende war sie wieder richtig gut. Also das war so ein Buch, wo ich auch so Ups und Downs hatte mit dem Lesen. Und es ist eine coole Geschichte im Großen und Ganzen. Und sie hat mir gut gefallen. Es ist eine zuckersüße Liebesgeschichte auch wieder. Ich fand auch den Hintergrund, was Mia betraf, fand ich wirklich cool. Aber wie gesagt, die hatte auch so eine Phase da drin, wo sie so ein bisschen, ja, ein bisschen Taugummi für mich gewesen ist. Ich weiß immer nicht, woran das lag. Vielleicht lag das auch an meiner allgemeinen Stimmung und dem Lesen. Ich war ja nicht so richtig im Lesefluss. Und ich war ja schon so in einer leichten Leseflaute. Ich habe versucht, mich da irgendwie durchzukämpfen und durchzuboxen, dass ich halt nicht komplett abflache und keine Bücher mehr lese. Aber ja, irgendwie hat es zu dieser Zeit, wo ich das Buch gelesen habe, nicht so richtig mit mir und den Büchern geklappt. Deswegen war das wahrscheinlich auch mit Palace of Silks so ein bisschen so, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall super süße Liebesgeschichte wieder. Es geht wieder um die Familie Abbott in Butler. Und ach, ich liebe einfach das Setting. So, danach habe ich Throne of Truth gelesen. Das ist der zweite Teil zu Throne of Lies. Und nach dem Ende vom ersten Teil mit diesem mega fiesen Cliffhanger denkst du dir so, okay, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Und es ist wirklich gut, was dann passiert. Und ich fand es wirklich cool, wie sich die Geschichte dann entwickelt hat. Und ja, mir hat das zweite Buch auch gut gefallen. Es war nicht so spannend wie der erste Teil irgendwie, weil es dann klar war, worauf das Ganze hinaus lief. Es war klar, was für Konflikte aufkommen werden in dem Buch. Und ja, aber es ist im Großen und Ganzen auch eine coole Geschichte gewesen. Wie gesagt, ich fand die zwei Bücher so ein bisschen abgedreht. Irgendwie, ich fand sie nicht ganz so normal irgendwie, auch von der Erzählweise her. Irgendwie hatten diese zwei Bücher für mich irgendwie was Besonderes. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich fand sie echt cool. Mir haben die beiden Bücher Spaß gemacht. Und ja, Throne of Truth hat mir auch gut gefallen. War auch vom Ende her super. Okay, danach habe ich gelesen The Difference Between Us. Das ist der zweite Teil zu The Opposite of You. Hier geht es um die Freundin von Vera aus dem ersten Teil und um den Freund von Kilian. Und es war schon klar, dass es um die beiden gehen wird. Man hat im ersten Teil auch schon so gemerkt, dass es zwischen unseren beiden Protagonisten hier gewisse Spannungen gibt. Und die aber nicht unbedingt mit erotischer Art irgendwas zu tun hat. Also die beiden mögen sich am Anfang nicht. Und die schenken sich am Anfang auch nichts. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand diese Dynamik zwischen den beiden hier wirklich richtig cool. Und ich mochte Molly auch wirklich sehr. Also Molly ist für mich ein super cooler Charakter auch gewesen. Und sie weiß sich auch durchzusetzen gegenüber Ezra. Er hieß Ezra, genau. Und ja, hat mir Spaß gemacht, dieses Buch auch wieder zu lesen. Ich bin jetzt auf den dritten Teil gespannt. Da geht es dann um den Bruder von Vera und um die Schwester von Ezra, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall freue ich mich auf den dritten Teil. Den werde ich auch auf jeden Fall kaufen. Steht hier hinten zufällig drin, wann der rauskommt? 31.01.2020! Das heißt, ich kann bald den dritten Teil lesen. Wuhu! Obwohl ich eigentlich keine Bücher mehr kaufen sollte im Moment. Warum, erfahrt ihr im Wiki-Reading? Also schön schauen, das nächste. Ja, auf jeden Fall hat mir das Buch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es super gerne gelesen. Ich habe es auch wirklich sehr, sehr schnell gelesen. Ich kann euch diese beiden Bücher wirklich nur ans Herz legen. Ja, danach habe ich noch eine Reihe angefangen. Und zwar die Armour-Trilogie von Lauren Oliver. Die Armour-Trilogie ist so eins meiner Subleichen. Die liegt hier schon seit 2015. Ich glaube, ich habe den ersten und den zweiten Teil im Dezember 2015 gekauft. Es ist schon eine ganze Weile her. Ja, es sind wirklich mit meine ältesten Subleichen. Und ich habe damals Annika auch den ersten und den zweiten Teil gekauft. Einfach, weil es diese Bücher bei uns für 5 Euro gab. Und ja, jetzt haben wir halt entschieden, wir müssen jetzt endlich diese Bücher lesen. Und wir haben den ersten Teil gelesen. Und wir fanden beide den ersten Teil ganz cool. Und es ist ja eine Dystopie, wo es halt um das Thema Liebe geht. Und Liebe ist eine Krankheit. Und man darf nicht mehr lieben und so. Und ja, wie gesagt, der erste Teil hat mir echt gut gefallen. Ich war nach dem ersten Teil gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt. Den zweiten haben wir jetzt im Januar schon gelesen. Und der zweite Teil ist halt komplett der Übergangsteil. Das merkt man halt einfach. Aber die letzten zwei Seiten vom zweiten Teil waren so krass. Wo ich mir so dachte so, verdammt. Jetzt möchte ich wissen, wie es weitergeht. Und ja, also Delirium haben wir gelesen. Hat uns gut gefallen. War eine gute, solide Geschichte. Es ist kein Buch, was mich auch ausrasten lässt. Aber es ist eine gute Jugendstupie. Also ich glaube, hätte ich das Buch vor 5 Jahren gelesen, wo es rauskam. 5 oder 6 Jahre ist das jetzt her, dass das rauskam. Wo gerade dieses Dystopie hoch war. Auch mit Panem und so. Ich glaube, da hätte ich es mega gefeiert. Weil da war ich so einmal auf dieser Dystopie-Welle. Und dann hat mir das alles super gut gefallen. Das ist ja dann so nach und nach wieder so ein bisschen abgeflacht mit den Dystopien. Aber es ist eine gute, solide Jugendbuchgeschichte. Die wirklich auch Spaß gemacht hat beim Lesen. Es ist halt ein Jugendbuch und das merkt man halt auch. Nach Delirium gab es mal wieder einen Liebesroman. Wer hätte es gedacht? Und zwar habe ich dann gelesen, Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Cherry. Und es war so gut. Es war so unglaublich gut, dieses Buch. Ich habe diese Geschichte einfach nur gefeiert. Und wie gesagt, ich fand es besser als, wenn der Morgen, nee, wenn Licht und Donner sich berühren. Ich fand es um Längen besser. Diese Geschichte hat mich einfach viel mehr angesprochen. Bei irgendjemandem was andersrum. Auf jeden Fall ist ja immer alles Geschmackssache. Aber diese Geschichte hat mich mega angesprochen. Ich fand Grace als Charakter mega gut. Und was ich halt auch cool fand ist, dass Grace einige Jahre älter ist wie Jackson. Jackson ist ein paar Jahre jünger. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, warum. Man hat das sehr selten, dass die Frau halt auch mal ein paar Jahre älter ist. Also es ist nicht viel. Ich glaube so fünf oder sechs Jahre ist sie älter wie er. Aber das fand ich im Ansatz der Geschichte wirklich cool. Und es ist ja so, dass Grace ihre Ehe gescheitert ist und sie nach Hause zurückkehrt. Und aber in dieses Leben eigentlich nicht mehr hineinpasst. Und es kommt dann nach und nach raus, was ihr Ex-Mann quasi alles so gemacht hat. Und Grace frustriert das. Und sie fühlt sich sich selbst auch, also sie kommt mit sich selber auch nicht mehr so zurecht. Sie weiß nicht mehr so richtig, wer sie ist. Und dann tritt Jackson in ihr Leben. Und Jackson ist eigentlich voll der Bad Boy. Und auch so die Stadtschlampe, die mit jedem schläft. Und ja, die beiden helfen sich dann so gegenseitig ins Leben quasi zurückzufinden. Und das ist einfach eine so tolle Geschichte. Und Jackson ist auch ein so toller Mann. Und Grace ist so eine so tolle Protagonistin in dieser Geschichte gewesen. Also ja, ich liebe dieses Buch. Ich liebe es einfach. Es ist eine so tolle Geschichte. Danach habe ich gelesen Sherry Schlau von Nalini Singh. Und hier war ich ja ein bisschen enttäuscht. Ich hatte ja nun vorher das super gute Buch von Brittany C. Cherry gelesen und danach Nalini Singh. Und Nalini Singh enttäuscht mich eigentlich auch nicht. Aber anscheinend war das Brittany C. Cherry Buch zu gut. Denn ich fand Sherry Schlau ein bisschen schwach. Im Vergleich zu den anderen Nalini Singh Büchern, die ich schon gelesen habe. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Aber die Geschichte fand ich süß. Ich fand die schön. Ich fand die gut erzählt und gut geschrieben. Ich habe die auch wahnsinnig schnell gelesen. Aber mich konnte Sherry Schlau nicht so überzeugen. Ich weiß nicht warum. Ich, wie gesagt, fand die Geschichte rund um Sailor. Und wie hieß sie? Wie hieß sie noch gleich? Isa. Isa hieß sie. Genau. Und Isa ist auch ein bisschen älter wie Sailor gewesen. Ich fand die Geschichte toll. Ich fand, die beiden haben auch gut zusammengepasst. Das hat auch super harmoniert. Aber irgendwas hat da gefehlt. Da hat so das Zünglein an der Waage gefehlt, dass ich sage, das ist eine mega gute Geschichte. Also wie gesagt, super Geschichte. Hat mich mega gut unterhalten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber war halt nicht so gut wie Peter Nisi Cherry. Hat mich da im Gegensatz so ein bisschen eher enttäuscht. War halt so ein bisschen eher schwächeres Buch. Ich bin aber auf den zweiten Teil gespannt. Da geht es dann um die Freundin von Isa. Und um den Freund von Sailor. Und die Geschichte interessiert mich, denn ich weiß gerade nicht mehr, wie ihre Freundin hieß. Auf jeden Fall soll ihre Freundin verheiratet werden mit einem Mann. Und das will sie eigentlich gar nicht. Und sie trifft dann auf einer Party hier in dem Buch auf den Freund von Sailor. Ich habe den Namen auch gerade vergessen. Und die beiden kommen sich dann näher. Und dann bricht sie das Ganze aber ab, weil sie eigentlich denkt, was mache ich hier eigentlich, verdammte Scheiße. Und ja, trifft dann quasi den Heiratskandidaten, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben. Und das ist er. Ja, und um die beiden geht es dann halt im zweiten Teil. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also ich glaube, die Geschichte wird auch richtig gut. Also zumindest so vom Gefühl her, wie ich mir das jetzt gerade so denke und erhoffe, wird sie hoffentlich richtig gut. Und ja, was ich gesagt habe, ist auch eine süße Geschichte. Aber war für mich nicht so gut wie Brittany C. Cherry. Danach habe ich noch ein New Adult Buch gelesen. Und danach noch ein New Adult Buch. Und danach noch zwei New Adult Bücher. Ich habe sehr viele Liebesromane zum Ende des Jahres hingelesen. Ich weiß nicht, warum. Ich hatte einfach Bock drauf. Äh ja, danach habe ich Ivy Years gelesen. Den fünften Teil. Ist das der fünfte? Ich glaube, das ist der fünfte. Ich glaube, ich habe den fünften dann gelesen. Ja, das ist der fünfte. Das ist der fünfte Teil der Ivy Years. Und hier geht es ja um Leanne und um DJ. Die beiden hat man auch schon in vorherigen Teilen kennengelernt. Man hat sich auch schon ein bisschen so anteasern lassen können. Und ich muss sagen, die Geschichte war auch süß. Aber auch nicht so gut wie die vorherigen Teile. Also ich fand gerade den dritten und den vierten Teil, die haben mir super gut gefallen. Und da war der hier so ein bisschen schwächer. Aber es ist auch wieder eine super süße College-Liebesgeschichte. Dann habe ich das Buch, glaube ich, gelesen, was ich immer vergessen habe. Ich habe es auf Goodreads auch nicht auf die Liste gesetzt. Weil ich einfach dieses Buch so verdammt schnell gelesen habe. Ich weiß nicht. Es ist nicht auf meiner Goodreads-Liste. Jetzt hätte ich dieses Buch niemals gelesen. Aber ich habe es gelesen. Und zwar halte mich hier von Katinka Engel. Und ja, dieses Buch auch einfach richtig gut. Es ist auch eine Liebesgeschichte. Es ist schon noch nur adult. Unsere Charaktere, also unsere Protagonistin geht aufs College. Aber er halt nicht. Diese Geschichte tut sich halt auch mit dem Thema Rassismus und Vorurteilen gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe und anderer Kultur beschäftigen. Und man muss halt sagen, dass unsere Protagonistin aus einem sehr reichen Elternhaus kommt. So altes Geld. Und ihre Eltern sind halt einfach übelst die Rassisten. Man kann es nicht anders sagen. Das sind halt so weiße Arschlöcher, die denken, dass halt Menschen mit anderer Hautfarbe weniger wert sind. Und ja, so möchten sie halt auch, dass es Zelda ist. Aber Zelda ist halt nicht so. Zelda ist halt ein offener Mensch. Und Zelda ist so ein Freigeist auch so ein bisschen. Und ja, Zelda lernt dann Malik kennen. Und zwischen den beiden funkt es dann halt auch. Und Malik stammt halt aus einer anderen Gesellschaftsschicht wie Zelda. Und Zelda weiß halt, dass ihre Eltern ihn niemals akzeptieren würden. Und sie tut ihn dann halt auch verheimlich. Naja, dann kommt, wie es kommen muss. Und dann passiert etwas. Und ja, was mit Zelda und Malik alles passiert. Das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich fand die Geschichte super gut. Mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich habe sie ultra schnell gelesen. Habe sie deswegen wahrscheinlich auch nirgendwo auf Goodreads oder so hinterlegt. Weil ich sie einfach so schnell gelesen habe. Aber ich kann euch das Schätzen hier auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Ich bin jetzt auf den dritten Teil schon sehr, sehr gespannt. Da geht es ja um die Sozialarbeiterin. Um Amy. Und um den besten Freund von der Protagonistin aus dem ersten Teil. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. So. Ich habe dann gelesen. Kissing Lesson von Helen Huang. Ich muss sagen, das Buch hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich fand das Thema sehr interessant. Um was es in diesem Buch geht. Hier geht es ja um Autismus. Und die Protagonistin ist ja Autistin. Und ich fand das sehr, sehr spannend, wie die Autorin das beschrieben hat. Ich habe dann auch hinten die Danksagung gelesen. Und da schreibt die Autorin, dass sie selber Autistin ist. Bis zu einem gewissen Grad. Also sie hat auch einen Autismus. Und sie war sich dessen gar nicht bewusst, dass sie auch Autismus hat. Weil ja Autismus unterschiedliche Stufen hat und unterschiedliche Ausprägungen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, die Autorin hat das super rübergebracht, was genau jetzt der Autismus für unsere Protagonistin heißt. Was sie dadurch für Einschränkungen hat. Was sie dadurch halt für ein Mensch auch ist. Und ich fand es super cool zu lesen. Ich habe das super gut nachvollziehen können. Ich habe mich gut in die Protagonistin hineinversetzen können. Und ich fand halt auch... Oh Gott, wie hieß er denn jetzt noch gleich? Er hatte so einen ganz normalen Namen. Michael. Genau, er hieß Michael. Und ich fand Michael halt auch cool. Also Michael war total einfühlsam und rücksichtsvoll. Und ja, die beiden haben einfach super zusammengepasst. Und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und jeder, der gerne mal so eine etwas andere Liebesgeschichte lesen möchte, den kann ich Kiss in Hessen auf jeden Fall nur empfehlen. Ich freue mich jetzt auf das neue Buch von der Autorin. Wenn das jetzt rauskommt, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Denn ich finde, sie hat hier eine wunderschöne Geschichte geschrieben. Wo man sich super in die Charaktere hineinfühlen kann. Wo wir eine ganz, ganz tolle romantische Liebesgeschichte auch haben. Und ja, ich mag das Buch. Ich kann es euch empfehlen. I love it. I love it. I love it. Dann habe ich gelesen Redwood Dreams von Kelly Moran. Ich liebe ja die Redwood-Reihe. Ihr wisst, die ersten drei Teile. I love it. Und ich war jetzt gespannt auf die anderen Charaktere. Weil am Anfang ist man natürlich schon so auf diese drei Brüder eingeschossen. Und dann denkt man sich so, hm, mal gucken, wie die anderen Charaktere jetzt so sind. Und kommt das dann halt auch noch so rüber? Ist man dann noch so da drin in diesem Feeling? Und ich kann nur sagen, ja, definitiv. Ich habe Redwood wieder gefühlt. Ich habe diese Stadt gefühlt. Ich habe wieder mit den Charakteren gefühlt. Ich konnte mich da wieder super hineinfallen lassen in diese Welt. Und ja, ich muss sagen, unsere zwei Protagonisten hier in diesem Buch, also es gibt ja eigentlich immer nur einen Protagonisten, also unsere Protagonistin Ella und ihr Gegenpart. Wie hieß er denn jetzt noch gleich? Oh, ich und Namen. Ich habe so viele Liebesromane gelesen. Er hieß Jason. Und Ella und Jason, das ist ein so tolles Paar. Und wie die beiden so zusammengebracht werden, die werden ja verkuppelt von diesem Drachendrio. Und wie die das anstellen, so hintenrum durch Hintertürchen, ohne dass die beiden das mitkriegen. Und es ist so süß gemacht. Also die beiden wissen schon, dass sie verkuppelt werden sollen. Die haben das so im Gefühl. Ella weiß nicht so richtig, was sie von halten soll. Und Jason denkt sich so auch so, hm, ich will doch gar keine Freundin. Und die beiden passen aber einfach so gut zusammen. Und die sind so ein gutes Team. Und das ist so süß, wie das zwischen den beiden so ist. Und ja, aufgrund Ellas Vergangenheit und ihrem schweren Schicksal, was sie da auch schon erlebt hat, ist das Ganze nochmal so ein Tacken schärfer. Und es ist einfach eine so tolle Geschichte gewesen. Es war einfach eine so tolle Geschichte. Und wie gesagt, ich habe hier Redwood wieder gefühlt. Ich war sofort wieder drin in dieser Stadt mit den Charakteren. Es war einfach alles wieder super. Es ist bei Redwood gewesen wie nach Hause kommen. Wirklich, es war wie nach Hause kommen. Ich liebe diese Bücher. Ich freue mich auf den nächsten Teil, der dann rauskommt. Und ja, kann euch das Schätzchen hier auf jeden Fall auch nur empfehlen. Und diese Katze ist sehr wüsst, die hier vorne drauf ist. Und die spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle in dem Buch. Ja, danach hatte ich so ein bisschen so ein Lesetief. Wirklich, ich hatte danach wirklich ein Lesetief. Ich hatte keine Lust zu lesen. Und ich glaube, ich habe dann anderthalb Wochen gar nichts gelesen. Und dann dachte ich so, was lese ich denn jetzt? Und dann dachte ich so, ich muss was lesen, wo ich nicht eine mega fette, lange Geschichte habe. Das schaffe ich gerade nicht. Und deswegen habe ich dann so dem Buch hier gegriffen. Versprechen der Sehnsucht von Aline Sing. Hier sind vier Kurzgeschichten drin. Also das ist nicht eine Geschichte, das sind vier. Die sind jeweils 130 Seiten, glaube ich, sind die immer lang. Und ich habe dann angefangen, jeden Tag eine Kurzgeschichte zu lesen. Und das hat mir echt geholfen, weil ich dann halt jeden Tag für mich eine Geschichte quasi beendet hatte. Das hat mich dann wieder motiviert, mehr zu lesen. Und ja, deswegen habe ich Versprechen der Sehnsucht rereadet. Ich kannte die Geschichten schon. Ich fand sie beim zweiten Lesen auch wieder super süß. Bei ein, zwei Geschichten habe ich so gedacht, hast du das beim letzten Mal auch so empfunden? Da war ich mir nicht mehr so sicher. Aber ich fand die vier Geschichten immer noch richtig süß und richtig cool. Teilweise auch ein bisschen abgedreht und überzogen. Aber ja, das sind halt Liebesromane. Die sind halt immer alle überzogen und übertrieben und kitschig und stereotypisch. Und mei, ihr wisst das ja. Das sind halt Liebesromane. Realismus ist da meistens nicht so das Ding drin. Auf jeden Fall, ja, habe ich Versprechen der Sehnsucht rereadet. Und es hat mir wirklich sehr geholfen, mich so ein bisschen aus dem Lesetief wieder zu holen. Einfach, weil ich dadurch motivierter war, wieder zu lesen. Weil ich halt vier Geschichten ja gelesen hatte, als ich mit dem Buch fertig war. Könnt ihr das irgendwie verstehen und nachvollziehen? Ich weiß es nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Danach kam das Buch. Das Buch, was mich leicht zum Verzweifeln gebracht hat. Und zwar habe ich danach gelesen, Das Vermächtnis der Grimms von Nicole Böhm. Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Und das hatte ich ja auf der Messe gekauft. Das hatte ich ja im Neuzugänge-Video schon erzählt. Und ich habe es dann mit Annika und Sina angefangen. Sina war dann bei Seite 100 raus. Die hatte dann keinen Bock mehr auf das Buch. Der war das alles irgendwie nichts. Und Sina und Annika und ich, wir haben uns aber durchgekämpft. Wir haben uns durchgekämpft und haben gesagt, wir geben dem Buch bis zur Hälfte eine Chance. Und wenn es uns dann nicht packt, dann hören wir auch auf. Aber Seite 150, wir waren drin. Es fing an, die Geschichte Fahrt aufzunehmen. Die entwickelte sich. Es wurden Dinge verknüpft und verbunden. Es wurde alles erklärt. Es machte langsam einfach alles Sinn, was man da so vorher gelesen hat. Und das war halt richtig gut. Und am Ende hat man ein großes Gesamtes aus drei verschiedenen Welten quasi. Und du denkst dir einfach nur so, krass. Einfach nur krass, wie das alles zusammenhängt. Und ich will mit Annika auf jeden Fall auch den zweiten Teil lesen. Aber alle, die dieses Buch lesen wollen und am Anfang sehr demotiviert sind und denken so, was ist das? Was soll das? Haltet durch. Es wird besser. Die ersten 100 Seiten von diesem Buch sind echt so ein bisschen, wo führt das Ganze hin? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Was soll das alles? Aber es kommt. Es kommt. Am Anfang ist es ein bisschen verwirrend und ein bisschen viel. Man muss dieses Buch auch wirklich mit Ruhe und Bedacht lesen. Das ist keine Geschichte, die man mal so schnell nebenbei lesen kann. Ich brauchte wirklich auch Ruhe beim Lesen. Und ich musste das wirklich auch richtig lesen. Also das ist nicht so ein entspanntes Dahinlesen, sondern ich musste mir wirklich Wort für Wort diese Geschichte angucken, damit ich halt auch alles begreife, was da drin passiert. Also wie gesagt, es ist keine Geschichte mal für eben so lockerflockig zwischendurch, die man mal einfach so mitlesen kann, ganz entspannt. Nein, man muss dieses Buch wirklich aktiv lesen. Aber im Endeffekt lohnt es sich. Denn die Geschichte, die dann am Ende da steht, die ist schon richtig, richtig gut. So. Jetzt habe ich noch zwei Bücher und die letzten beiden Bücher, die ich 2019 gelesen habe, die waren ein Traum. Und zwar habe ich zum einen gelesen Rebellion von Jennifer Almond Trout. Da habe ich ja ein Video zugemacht, das habe ich ja als Rezensionsexemplar bekommen. Rebellion ist der zweite Teil vom Obsidian Spin-Off. Das ist die Revenge-Reihe. Und Rebellion war einfach wieder so unglaublich gut. Oh mein Gott, diese Geschichte ist so krass. Ich kann euch hier zum Inhalt auch nicht sagen. Es geht immer noch um Evie und um Luke und um diese ganze Kacke mit der Alien-Invasion und was dann danach passiert ist. Und jetzt scheint Daedalus wieder aufzutauchen und jetzt versuchen sie herauszufinden, was da eigentlich genau alles passiert ist und was da dahinter steckt. Und Evie versucht noch herauszufinden, wer sie eigentlich ist. Und es passiert so viel in diesem Buch und es sterben so unglaublich viele Leute. Ich habe echt gedacht so, oh mein Gott, Jennifer Almond Trout, was ist hier los? Puff, tot, Puff, tot, Puff, tot. Und ich denke mir so, what the fuck? Warum? Es ist einfach so krass. Also ich fand dieses Buch einfach mega gut. Es hat mich total umgehauen. Es hat mich total begeistert. Es war einfach zum Jahresende hin eines der besten Bücher, die ich gelesen habe 2019. Wirklich, definitiv. I love it, I love it, I love it. Und lest Obsidian und danach lest Revenge. Lest aber zuerst unbedingt erst Obsidian, falls ihr Revenge lesen wollt und das noch nicht habt, weil sonst versteht ihr das alles nicht. Ja. Und dann habe ich das letzte Buch dieses Jahr gelesen und auch das war eins der besten Bücher aus 2019. Ich habe Size 3 gelesen, das Vermächtnis der Ältesten, der dritte und letzte Teil dieser Reihe. Also ich habe am 31.12. noch eine Reihe beendet und zwar diese hier. Und ich muss sagen, oh mein Gott, dieses Buch war einfach so gut. Es war einfach so gut. Es sei es keine Geschichte fürs Herz. Es gibt zwar eine Liebesgeschichte, aber die spielt nur eher so am Rande eine Rolle. Aber dieses ganze Drum und Dran in diesem Buch war einfach so unglaublich gut. Man hat in diesem Buch mehrere Baustellen quasi. Also man liest mehrere verschiedene Charaktere und am Ende ergibt es... Da schmiert mir kurz vorm Ende noch der Akku ab. Ja, wo war ich jetzt? Also diese Geschichte ist einfach unglaublich und es ergibt am Ende ein großes Ganzes. Diese ganzen mehreren Stränge, die man anfängt zu lesen, ergibt mal am Ende ein großes Gesamtbild und es ist einfach so gut. Es ist einfach so gut. Wie gesagt, mir ist die Liebesgeschichte zwischen Citra und Rowan ein bisschen zu kurz gekommen, weil die spielt wirklich nur so am Rande eine Rolle. Und trotzdem, das ist einfach eine unglaublich gute Geschichte und ich ziehe meinen Hut vor Neil Shusterman für diese Geschichte, also für diese komplette Trilogie, die er da geschrieben hat, sei es konnte mich vom allerersten Band an total begeistern und in den Band ziehen. Ich fand diese Idee, dass es in einer utopischen Welt, in der es keinen Tod mehr gibt, in der es alles gibt, was man haben möchte, dass es da Menschen gibt, die halt andere Menschen bewusst töten, um halt die Bevölkerung auf der Erde einzudämmen. Ich fand diesen Ansatz, diese Idee einfach wirklich so unglaublich gut und ja, mir hat diese ganze Trilogie unglaublich gut gefallen und Size 3 war ein perfekter Abschluss. Ich, wie gesagt, habe zwischendrin echt immer so gedacht, so, boah, worauf läuft das Ganze denn jetzt hinaus? Was ist denn jetzt der Plan dahinter? Und dann, wenn du das weißt, denkst du dir nur so, wow, einfach nur wow. Wow. Und ja, ich finde es mega krass. Also, ich liebe Size, ich finde die Geschichte mega cool und kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Lest diese Bücher, wenn ihr eine richtig coole Dystopie lesen wollt. Ist das eine Dystopie? Was ist Size eigentlich? Size ist eigentlich ein Science-Fiction-Jugend-Thriller-Dystopie-mäßig. Aber eigentlich ist es ja keine Dystopie, denn die Welt ist ja eigentlich utopisch. Also, es ist schwierig, dieses Buch einzuordnen, aber es ist eine richtig, richtig coole Geschichte. So, und das waren alle Bücher, die ich 2019 gelesen habe. Alter Schwede, ist das krass. Es waren wirklich viele Bücher. Also, ich habe ja, wie gesagt, ich glaube, es sind jetzt 89. Ich habe ja den Counter mitlaufen lassen und, ähm, ja, ich finde es einfach krass. Also, ich hatte das Jahr davor, ne, wenn ich überlege, ich habe davor das Jahr 2018 132 Bücher gelesen. Jetzt stellt euch mal vor, da hätte ich ja nochmal drei Videos drehen müssen. Wow. Ja, wie gesagt, dadurch, dass das mit diesem Speedrun und den 20, 30 Sekunden nicht geklappt hat, machen wir das jetzt halt so. Ich habe trotzdem versucht, mich zu beeilen, aber naja. Ihr kriegt jetzt halt vier Videos, wo es halt um meine Bücher geht, die ich 2019 gelesen habe. Ist ja quasi auch sowas wie ein Lesemonat. Und, ähm, ja. Das war es jetzt auch an dieser Stelle von mir. Ich habe mir jetzt sehr mundfußlich geredet. Ich setze mich jetzt einfach auf den PC und schmeiße die Daten erst mal auf den PC rüber und fange schon mal an, das Ganze hier zu schneiden. Denn das wird ein bisschen dauern. Und, äh, ja. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall, wie immer, fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.